Frühling ist. Unter diesem Titel lud die Kultur- und Freizeit GmbH zum Volksmusikabend. Die Musikanten und viele Besucher folgten auch der Einladung in den Stadtsaal, um einen gemütlichen, heiteren Abend zu verbringen. Musik Man braucht keinen riesen Schlagzeug und riesiges Bühne-Equipment und hat den ganz engen Bezug zu den Leuten, wenn man etwas singt, also gerade bei den Liedl, wenn man einen Text vermittelt. Und man hat das Gefühl, die Leute, die spüren das richtig und gehen voll mit. Und das ist für mich voll gesund.